Ich habe gerade einen harten Kampf mit Raps. Cooler Lebe. Ich habe eigentlich immer 60 FPS und dann geht es plötzlich auf 3 FPS runter. Tja, keine Ahnung. Nein, liegt nur an Fraps. Ich werde bald umsteigen auf die X-Story. Wie heißt es wieder? Schon wieder? X-Split. Ja. Sorry, dass die Folge nicht gerade spannend ist, aber ja. Ich werde sobald wie möglich wieder ein bisschen Action machen und Quests machen und so. Ja. 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 So. So. Hier sind nur sehr leichte. Okay. Sorry. Sie will mich leveln. Cool. Okay. Sehr gut, dass ich Erfahrung bekomme. Oh, könnte ich noch angreifen. Ach komm, was ist jetzt? So. So. Es gibt zu uns hier noch. Da ist ein Goblin. Okay. 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 Das ist ein Einwohner. Blöde Sachen, hier ist keine. Das ist nur ein Anfüll. Oh man. Ja. Okay, machen wir hier. Die Wehrwölfe, die haben wir als Quest. Das wusste ich gar nicht. Ah, das ist die Ausbildung, das ist eine Folgequiz. Das bringt nicht viel. Ach komm schon. Muss nicht festgewurzelt da stehen. So, wir haben fünf und fünf. Die Wehrwölfe. Ach du bist blöder. Blöder Tiger. Ja, die bringen nicht so viel. Die Augs bringen viel. Die ist nämlich blau. Das ist ja, die da sind. Jeh die, die du im Meer her. Wie soll ich nur sagen. Die sind ja immer ganz schön. Aber die haben die Ärzte sagen. Die ärzte sind schnale. Die sind schnale. Die sind schnale. Und der sind sie, die sind schnale. Die sind ja immer wieder. Die sind gut. Die sind schnale. Ich glaube, die sind schnale. Wenn ich die Gespräche. Okay. Last day, hope. fast Das war's für heute. Ach, Spöze, also, bitte. Vor allem die Botenküste. Danke, danke. Okay. 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 Oh nein, naja. Gut getropft. Oh nein, das ist nicht gut. Nicht angreifen. Okay. 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 Wir greifen hier auch schon, wir wollen jetzt nichts bringen. Ok, Beschwerungszweihung. So. Also wir müssen hier, jetzt müssen wir hier, hier, Emerald Fügel gehen. Ok, es ist nur kurz.